Auf den Dach, da haben wir noch gesagt. 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 Der Dach, da haben wir noch gesagt. Auf den 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 Dach, da haben wir noch gesagt. Applaus Applaus Wie Sie eben dann nicht wissen, ist der Golden Pugel Club, glaube ich, ungefähr 1993 in dieses Haus hier nebenan gezogen und mitten in das Gebiet rein und in eine Initiative, die dafür kämpfen wollte, dass hier ein Park entsteht, den es damals noch nicht gab. Die waren halt häufig bei der Initiative dabei und es war einfach auch sehr wichtig für die Dinge, die man so auf der Straße veranstaltete, dass das Ganze sozusagen mit musikalischem Support über die Bühne ging. Im Zuge der Durchsetzung von Park Fiction wurde auch der Mietvertrag damals von Norbert Karl übernommen. Also der kriegte einen langfristigen Pachtvertrag. Einfach weil der Bezirk Altona, das hier ist übrigens Bezirk Altona, wo wir gerade stehen, das wollte, der fand das halt kulturell wichtig. Und etwas später kam dann jemand hier ins Boot, den wir bis dahin gar nicht kannten. Ich hatte den gar nicht so als jemanden wahrgenommen, der damit was zu tun hat. Der hat einen Namen, der heißt Wolf Richter. Ich will die Sache eigentlich nicht aufs persönliche Gleis bringen, aber der spielt hier leider jetzt an der Stelle eine Rolle. Der wurde als Kompagnon mit hineingenommen in dieses Pudelgefüge, passte da künstlerisch nicht so recht rein. Und als dann schließlich Norbert starb, leider, war der halt Teil dieses Teils, was das Ganze übernommen hat. Und irgendwann haben Rocco und Wolf sich dazu entschlossen, das Haus zu kaufen. Der nicht ganz unberechtigte Gedanke im Hintergrund war, die Stadt verkauft jetzt alles, lass uns das lieber kaufen, das Ding. Und auf Nummer sicher gehen, dass irgendwie nicht jemand anders das irgendwann kauft und wir rausfliegen. Das Problem ist nur, dass der Kredit über Rocco läuft und irgendwie das Ganze am Pudelkollektiv nicht so richtig besprochen wurde. Beziehungsweise die das nicht kollektiv gekauft haben und die Naivität aus dieser Zeit, sag ich jetzt mal, und das Vertrauen auf Sandkastenfreundschaften sich in diesem Fall leider nicht ausgezahlt hat. Und die Sache jetzt schon seit mindestens fünf Jahren gegeneinander läuft. Und wir jetzt in dieser traurigen Situation sind, dass da oben, dessen Bestand vom Viertel erkämpft wurde, aber dass die obere Etage nicht von dem Pudel betrieben werden kann, der es eigentlich erstens erkämpft hat, mit erkämpft hat und zweitens wegen dem es das noch gibt. Und da ist der Pudel halt ein spezieller Ort. Das ist nicht nur ein Subkulturort in dem Sinne, dass da auch gute Musik gespielt wird, sondern immer eben auch ein Ort der Produktion von Künsten, von Musik. Und wo bei einem guten Konzert, das ja heutig so ist, dass die Hälfte im Publikum eigentlich selbst Musik macht und man eigentlich in so einer eigenartigen Austauschsituation ist, Dinge da auch das erste Mal ausprobiert werden. Und das unterscheidet meines Erachtens so einen Laden wie den Pudel, wo es nur noch sehr, sehr wenige von gibt, von Läden, wo einfach das abgespielt wird, was sowieso im Mainstream oder in der Musikindustrie oder so sich ausgedacht wurde. Und davon gibt es nur noch sehr, sehr wenige Orte. Und dieser Ansatz, dass man selbst seine Welt, seine Musik, seine Parks, seine Städte produzieren kann, finde ich extrem wichtig und ich finde es extrem wichtig, dass das sich verknüpft, dass beispielsweise gerade da oben das Fab Lab, St. Pauli, Impark Fiction, da kann man sich sein eigenes Telefon machen, ein Handy kann man sich da bauen, unabhängig von der Großindustrie. Man kann in diesem Laden Musik machen, unabhängig von der Großindustrie. Und man kann sich in diesen Park setzen und sich auch Stadt ausdenken, unabhängig, sagen wir mal, von Großinvestoren. Sowas muss man sich allerdings immer erkämpfen und ich finde es extrem wichtig, sich diese Orte auch in diesem System, wie es gerade so ist, zu erkämpfen und diese Freiräume sich zu erkämpfen. So, das war sozusagen zu summen, weil ich dieser Salonmarktpfiff muss, mit dem da an der Stelle manchmal auch die Nerven geht, also in der Form. Und bevor ihr jetzt gleich Zucker spielt, spiele ich noch drei Platten, unter anderem eine Platte, die da oben von Momos und Felix Cobin live gespielt worden ist, in diesem tollen Anfytrion, was aus dem Geld von Park Fiction finanziert worden ist und was im Augenblick nicht mehr bespielt werden kann. Hier kommt Serse Garden. Ich wäsche meine Hände in der Wasser des Toilets, ich wäsche meine Hände in der beauty of your tears, und every time I see you smile, I feel like drowning in the Nile. Ich breche meine Füße auf der Weg zur Vergangenheit, Ich breche meine Hände in der beauty of your stairs, und every step I try to take, I realize it's all a fake. There is a garden full of beauty, There is a garden I will never see, There is a desert full of disgrace, And in this desert I will find my place. I burn my tongue in the X-ray of the sunshine, I burn my tongue in the beauty of your grace, And every time I fear your fire, I know you land up in hellfire. I lose my mind at the sight of all the beauty, And I lose my mind at the sight of all the beauty, And when I do tell my sense of shine, And I feel like drowning in my spine, And every time I see you smile, Super. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt auch schon gleich zum Ende, denn die nächste Nummer, die ich euch gleich zeigen werde, sehr, sehr teuer. Und apropos, sag mal, hast du eben 50 Euro bekommen? Das gibt's ja nicht. das gibt's ja nicht. Ich bin 50 Euro,